Hallo, liebe Leute! Wir sind heute hier in Bayern, um eine neue Fremdsprache zu lernen. Und hier ist unser Lehrer, unser guter Freund, Professor Alois Bierbichler-Semmelknödelmeier. Ja, servus alle miteinander. Jetzt singen wir ein zimpftiges Lidls an. Und das heißt der internationale Spätsel-Song, nicht wahr? Ja! Ist das nicht ein Kreidestück? Ja, das ist ein Kreidestück. Geschlossen, Schlüssel, pass zum Glück. Ja, jetzt kommt der Schlüsseltrick. Kreidestück, Schlüsseltrick. Oh, du schöner, oh, du schöner, oh, du schöner Schnitzelbank. Jetzt geht der Spaß erst los. Ist das nicht ein Kuckucksuhr? Ja, das ist ein Kuckucksuhr. Und macht die nicht TikTok nur? Ja, die macht la TikTok nur. Kuckucksuhr, TikTok nur. Kleidestück, Schlüsseltrick. Oh, du schöner, oh, du schöner, oh, du schöner Schnitzelbank. Süchtes Kind, der jeder singt. Ha! Wollt's nicht auch mal? Oh ja, Professor, das wär toll. Worüber soll ich singen? Über alles, was du willst. Lass dir was Lustiges einfallen, weißt schon. Alles klar. Ist das nicht ein großes Brot? Ja, das ist ein großes Brot. Schafft das Vakuum ohne Not? Ja, er schafft es ohne Not. Großes Brot ohne Not. Oh, du schöner, oh, du schöner, oh, du schöner Schnitzelbank. Jetzt darf ich mal. Ist der Mann nicht ein Genuss? Ja, der Mann ist ein Genuss. Ist das nicht ein dicker Kuss? Ja, was ist ein dicker Kuss? Ein Genuss, dicker Kuss. Großes Brot ohne Not. Oh, du schöner, oh, du schöner, oh, du schöner Schnitzelbank. Ich weiß auch einen. Ist das nicht der Arusbierbichler Semmelknödelmeier? Ja, das ist der Arusbierbichler Semmelknödelmeier. Ist das nicht ein unglaublich langer Name, um ihn noch aussprechen zu können? Ja, das ist ein unglaublich langer Name, um ihn noch aussprechen zu können. Ein Genuss, dicker Kuss. Großes Brot ohne Not. Oh, du schöner, oh, du schöner, oh, du schöner Schnitzelbank. Ja, jetzt habt es ja voll raus. Jetzt werden wir erst warm. Ist das nicht ein leusisches Bauch? Ja, das ist ein leusisches Bauch. Ist das nicht sein Hintern auch? Ja, das ist sein Hintern auch. A leus Bauch, Hintern auch. Oh, du schöner, oh, du schöner, oh, du schöner Schnitzelbank. Schämos, aber jetzt ist fast Schluss, gell? Moment. Ist die Hose schön und weich? Ja, die Hose ist schön weich. Unterwäsche aus Frankreich. Unterwäsche aus Frankreich. Hose weich, aus Frankreich. Dicker Bauch. Hintern auch. Oh, du schöner, oh, du schöner, oh, du schöner Schnitzelbank. Ist das nicht sein H2P? Ja, das ist ein H2P. Ist der Mann fast nackt, oh, weh? Ja, der Mann ist nackt, oh, weh. H2P, nackt, oh, weh. Hose weich, aus Frankreich. Dicker Bauch. Hintern auch. Oh, du schöner, oh, du schöner, oh, du schöner Schnitzelbank. Tja, so viel zum Thema Völkerverständigung. Tja, so viel zum Thema Völkerverständigung.